Hallo, zur Abwechslung gehen wir mal in eine schwerere Richtung, mal etwas Schwieriges, das etwas mehr braucht. Es ist eine Handbefreiung, die aber etwas kompliziert und etwas schwieriger ist. Selbstverständlich, wie immer bei Handbefreiungen, ist es nicht exklusiv nur für das gedacht. Mein Partner hält mich, ich gehe runter, überdrehen und von hier aus nach vorne. Hier drehen nach vorne. Es braucht ein wenig Übung, es ist nicht ganz einfach, aber es ist auch eine schöne Übung, um daran zu arbeiten. Viel Spass und wie immer, irgendwelche Fragen oder Kommentare bitte unten schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.